ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem jetzt play zukunft der tb und konflikt niemals hat edition auf seiten der gd nachholmissionen und genau wir waren bei 266 oder acht keine ahnung auf jeden fall haben wir jetzt mal die letzte fünfer mission fertig gekriegt sehr gut wir haben uns hier aufgebaut und wir können tatsächlich wieder kampfpanzer bauen das ist natürlich schon geil jetzt würde ich sagen baue ich mir einfach eine kampfpanzer armee und wir müssen hier unten dieses dorf schützen vor allem das hier hat den doktor möbius genau dann können wir sogar steuern hallo und genau und und um die jetzt zu beschützen baue ich mir einfach eine kampfpanzer armee auf und wir müssen hier oben noch die basis platt machen und genau da würde ich sagen gehen wir das mal an hier das noch eine basis das sind zwei basen wow was macht er denn jetzt jetzt versucht er hier die wir wollen die bären weg zu ernten ja danke hänner hänner gesicht ähm was so wow die ich gar nicht gesehen eben er ist selber verbrannt ach du heilige jetzt kommt da an weil ich seinen sammler angegriffen habe ne scheiße ja ich habe ja keinen bock dass der mir hier die sachen vor der haustür wegnimmt was sollen dort so und unverschämt echt das ist unverschämt was du machst kollege hallo über fahr dir einfach so das ist reicht was der macht ja das ist richtig dreist so fährt er einfach durch meine basis durch mich geiler möchte gern makker echt so dann über fahr den ja ich habe doch genug einhalten ich kann dem seine sammler wegnehmen ist kein thema dann machen welche oder kommt er jetzt wieder mit was an auch nie was scheiße ja das war jetzt unerwartet ich muss diese bürger also auch noch beschützen ja gut dann mache ich das halt mal hä wartet mal wo ist denn mein jeep hin wo ist denn mein jeep hin von gerade ich habe die mission doch mit dem jeep gestartet ja gut hier muss ich tatsächlich dieser mission muss ich tatsächlich auf die karte achten ja ja ach hier unten ist doch der achte ist doch hier unten noch noch mein gott liebe leute muss ich eben wenn wir uns tatsächlich auf die karte gucken dass da keiner sich dadurch schleicht und die leute platt machen was ist denn dafür ok wenn ich habe ich halt mit einem jeeps weiter erklungen in ordnung da ist die andere noch klaus ist ja gut dann kann der halt da rein fahren so weil ich mit dem jetzt die nächste basis erkunden ich kämpfe was machst du denn mann wie blöd muss man sein die fangen immer stress an okay so da genau dahinter okay sammler kann die überfahren sehr gut sehr schön gut da muss ich einfach die bürger geschützten so leute dann kommt er jetzt angeschüssen da der will nämlich auch mit seinem sammler wieder hier eine aktion starten so dann und drauf da los auf da hatte ich schön den gelben bereich sehr gut dann war das ist ordentlich was der hat ja das ist jetzt langsam echt ordentlich wo geht ein typ okay überfahren bitte so ja sehr gut wunderbar wunderbar das haben wir so perfekt so ganz schön platt machen schön platt machen sehr gut und den auch bitte so und da kommt er auch wieder da kommt er wieder so drauf fahren überfahren einfach sehr gut so und hier ach du scheiße hier muss ich mal aufpassen jetzt überfahren platt machen überfahren oder hier platt machen einfach auf gottes willen nervig richtig nervig was er hat aber wir haben sie gekriegt die leute wir haben sie verteidigt das ist schon mal sehr gut so sehr schön liebe leute dann erwartet mal nach dem sammler im arsch weiter weiter drauf weiter drauf schön in den roten bereich richter den platten schade okay egal dann bleibt hier hat er schon wieder was überfahre die bitte so was macht ihr denn der ist voll und fährt da hinten hin kein bock seine ladung weg zu bringen sehr gut damit den artillerien kanal ruhig versuchen zu kommen hat er keine chance ganz ehrlich und beim das konnte mit dem gummipanzer okay aber liebe leute wir bauen uns hier schritt für schritt weiter auf und dann freue ich mich dass du mal wieder hier dabei seid einen guten albermann conquer remaster und ja richtig geiles spiel einfach was ich auch gut seit über einem jahr spielen kann kein problem wird nie langweilig wird definitiv nicht langweilig so dann machen wir ein paar bahnzeichen hier so ja klar perfekt liebe leute wie gesagt das lässt sich schon ganz gut spielen ohne scheiß auch wenn die grafik hat sich zwar enorm verbessert im gegensatz zum original aber die grafik ist halt immer noch alt und es kann halt sein dass manche leute ja ein bisschen was auf modernere grafik stehen aber wie gesagt ich gucke auf meinem kanal ja nicht nur auf die grafik ich gucke ja auch auf spielspaß und der ist hier definitiv vorhanden so da kommt es wieder angestellt ist mit alberstadt was schickst du auch deine sammler hier hin überfahren einfach überfahren einfach überfahren einfach überfahren einfach leute es ist nicht euer ernst ist jetzt nicht was 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 ist denn los was ist denn los warum die haben doch nur die kirche platt gemacht warum was gerade neun minuten verschwindet der mann wieder so eine trial und error mission das kann ja nicht wahr jetzt das ganze nur weil der penner seinen sammler hier unten hinschickt weil ich das nicht einsehe dass der mir da mein tiberium da weg klaut wirklich nicht keinen stress machen ich weiß du stehst drauf aber keinen stress machen so jetzt kommt er nämlich hier unten an jetzt kommt sein sammler nämlich hier runter so ich will das nicht zulassen dass der hier mir hier das tiberium klaut verdammt noch mal so genau der soll gefälligst nach hinten sammeln und der macht wieder stress danke alter schwede so ja sehr schön da kommt da unten kommt da da unten kommt da okay so und auf die scheiß sammler da jetzt los und kaputt sehr schön so ihr kümmert euch bitte darum wunderbar leute gut schon nicht schlecht ja schon nicht schlecht so macht die kaputt wunderbar so und auf den sammler sehr schön schön ausbluten lassen hier den penner schön ausbluten lassen sage ich da nur und bam die fliegen wie sterben wie die fliegen seine einheiten sehr gut ich glaube dann habe ich hier sogar relativ gut ausgesorgt in der name of kane genau in the name of kane kane lives ja genau so sieht es aus leute und wir können auch mit der rechten aus dass wir können mit den pfeiltasten hier agieren aber das ist mir zu blöd macht die salmler marsch so ich lasse den schön ausbluten so wartet mal speichern war mission 8 die die genau so zieht die schön rein los und macht die alle marsch so das sind nur gummi panzer also wir haben ja zum glück das bessere arsenal auch wir haben zum glück das bessere arsenal so leute dann auf den sammler so dann machen wir mal du fährst bitte das wenige platt so muss das aussehen neue so muss das echt aussehen so viele raketentypen so viele raketentypen alle überfahren bitte so sehr schön die büten so ok dann ob der mit mäniket an und mit dem neuen sammler scheinbar hat noch geld für den sammler ich verstehe ok leute so muss ich mich mal ein bisschen sortieren hier reparieren so los los geht's und weg mit dem scheiß sehr schön geil wunderbar wieso will der eigentlich immer auf eine basis hier oh gott so boah gut ey boah gut glück gehabt er hat immer noch geld für den sammler na gut egal ich stelle meine einfach hier unten hin dann lasse ich die schön ich lasse ihn trotzdem ausbluten sagt mal wie viel geld hatten der soja dann weiter los jetzt wird es langsam knapp leute jetzt wird es langsam knapp hier jetzt kommt er mit dem hubschrauber wieder an nein oh fuck so ok boah meine güte überfahre den doch so und bam puh das macht schon Spaß muss ich sagen aber ich glaube wartet mal ich hätte keinen sammler mehr hier runter könnte sehr gut sein dass er jetzt ausgeblutet ist doch noch ein sammler oh man ich habe drei kampfpanzer die reichen natürlich nicht für den ne hör doch auf so man oh du mit deinem mannequin flammenwerfer auch noch so und raketenwerfer vor allem so der kann das schön hier drüber fahren Mann an Mann so hast du bald mal kein geld mehr Kollege was ist denn mit dir los sag mal hast du hier endlos geld oder was ich muss hier auch langsam aufpassen wegen der Kohle die ist nämlich gerade ein bisschen weit weg muss ich sagen shit ich muss jetzt tatsächlich aufpassen mit mit der Kohle ich habe hier fast nichts mehr oh nein scheiße ja das hat damit habe ich jetzt echt ehrlich gesagt nicht gerechnet da muss ich da was anderes machen das kann jetzt eine Weile dauern Leute ich muss mich da runter bauen ich muss mich da tatsächlich runter bauen und naja der Sommler der fährt jetzt nämlich da hinten hin und ja gut hahaha da hätte ich sogar hier oben her können ja gut egal der Gegner scheint kein geld mehr zu haben war sieht mir zumindest so aus wartet mal ich muss gar nicht so weit ich muss gar nicht so weit zum Glück ähm ich muss nur bis hier unten hin okay so dann machen wir das doch noch schnell hier in dieser Folge wie geht es euch denn so ein Moment erzählt mal ähm mir geht es ja sehr gut vor allem auch weil diese ganze Corona Sache ähm weiter am abklingen ist tatsächlich und da bin ich sehr froh muss ich ehrlich sein weil ähm es ist äh nicht mehr feierlich gewesen so was da am Ende alles abging so aber wie gesagt Leute äh es hat sich gelohnt diese ganzen äh Lockdown Geschichten wo kommt das was 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 hat das denn jetzt vor so haha danke Flammenwerfer echt geile Einheiten macht der schön die macht der schön seine eigenen Einheiten platt haha sehr schön so dann auf die einfach drauf fahren einfach drüber sehr gut und bam so ich hasse nämlich diese Raketeneinheiten von dem Gegner oh nein verdammt was du denn da fahr doch da rein so gut Leute ja äh wie gesagt dann machen wir unsere Mission weiter hier was ah jetzt kommt er wieder mit nem Sammler nein jawohl in Ordnung ich hab doch kein Geld dafür jawohl ach scheiße echt jawohl Sir in Ordnung in Ordnung in Ordnung jawohl 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 Sir breche auf breche auf in Klasse jawohl jawohl ey so jetzt muss ich mich erst mal wieder hier drum kümmern shit konstruktion okay aber hey das hat geklappt sehr gut zwei Buggy's ja mein Gott so dann bauen wir uns gleich hier eine schöne Raffinerie auf oder zwei sogar ähm damit wir da schön die Kohle sammeln können und den Gegner dann überrollen wird gebaut so ich weiß es ist ein bisschen müßig aber was soll ich machen ist halt ist halt so so dann baue ich hier meine beiden Raffinerien auf jetzt so genau jetzt bababam genau und ja dann hoffe ich mal dass das das die Kohle jetzt ausreicht bitte ah wartet mal ich kann die verkaufen jawohl Sir in Klasse das muss jetzt reichen Leute jawohl Sir es tut uns sehr schön okay dann direkt noch eine vielleicht hätte ich mir doch die Basis hier aufbauen sollen ich bin mir unsicher ja hier habe ich nämlich angefangen die Mission ähm bin mir unsicher ganz ehrlich aber jetzt kommt er da wieder eingeschissen da oben ey mit so vielen auch immer auch immer mit so vielen Einheiten ja gut okay ja gut alles klar dann die Flammenwerfer kriegt ihr so ihr macht bitte die Raketenwerfer im Arsch und die die danach kommen so und babam sehr gut Leute sehr schön nein boah jawohl den Angriff-Armer verteidigt sehr gut boah hohoho ziemlich anspruchsvoll muss ich sagen ziemlich anspruchsvoll gut da dann kommen dann zack vier Sammlein im Einsatz dann kann es mal losgehen hier mit dem abernten haha so du kannst bitte hierbleiben dann kann es mal losgehen mit dem abernten so komm doch da unten was machst du denn okay stell dir mal da ab damit war da nicht wieder wo ist mein anderer Panzer von hier ziel ich habe bitte noch da unten ich will auf Nummer sicher gehen hier ja da wisst ihr was ich lasse den jetzt einfach hier abernten ähm wir benötigen Silos jawohl so dann bau einfach Einheiten so bau einfach Einheiten und dann sollte das doch klappen wenn ich genug Kampfpanzer wirklich habe dann sollte das doch klappen oh man wir sind schon wieder bei 23 Minuten scheiß komm mal der Gauke macht auch so ein Spaß Leute ähm da vergisst man echt schnell die Zeit also ich weiß nicht wie es euch geht aber bei mir ist es so ne und ach du scheiße ja schießt da drauf da komm haha jetzt will auf die Medikin okay dann äh Hilfe zieht die Bank hier rein so bam alles klar der macht die Sorge kaputt das ist doch nicht wahr ja gut ich weiter war eh kaputt also von daher passt das schon so wir haben hier unsere Geldstation sehr gut und ja wohl Leute ach das ist doch gut das ist doch gut jetzt ich glaube aber bitte Wüstenjäger wir können schön die Kohle hier abernten ist das nicht geil kommt er schon wieder mit dem Hubschrauber an ich schaffe das ich schaffe das die den zu verhindern so ja zumindest so ein bisschen habe ich es geschafft was ist das hier ach so okay wettsammeln auch geil so dann du fährst bitte da oben rein ohne Stress zu machen und du fährst bitte hier rein ohne Stress zu machen ich will nämlich sehen was der Gegner da hat so ohne Stress machen so ach so viel hat der ja gar nicht hier was ist das denn so viel hat der ja gar nicht hier links ist der Bauhof okay cool haha könnte ich mir vielleicht sogar was einnehmen aber doch nee die machen immer so viel Schaden die Raketendinger jawohl komm Schütze komm mach den nervt den mal ein bisschen Dankeschön kommt das nämlich nicht angeschissen hier so wunderbar so schau ich was an ich könnte sogar schon ausreichen das reicht schon aus oder ja ich denke auch dass die Flaxen immer in der Ecke stehen müssen das nervt mich aber gut aber gut kriegen wir schon hin hier und äh naja was machst du du kannst doch hier hinten sammeln so sehr gut bam wunderbar so was warum kommt der jetzt hier angekackt warum kommt der jetzt hier angekackt einfach so um mich um nur mich zu nerven okay gut Leute ähm ich würde sagen ich mach diese Folge mal ein bisschen länger ähm es macht einfach so viel Bock gerade jawohl 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 auf den Sammler im Arsch und fahrt da einfach rein los kommt gut Leute da würde ich sagen gehen wir auch schon angreifen in Anbetracht dessen dass der hier schon angeschissen kommt ähm jo einfach überfahren den Scheiß ja genau wunderbar so sehr gut dann Trophy auf den Scheiß speichern vielleicht nochmal wäre nicht schlecht so Dr. Mobius Mission so Karte im Auge behalten und rein so ich glaube aber ich brauche da nicht alle ähm die reichen die reichen schon so ich mach die hier hier die Fabrik weg so und den Bauhof so da kann er nämlich schon gar nicht mehr nerven geil das nervt dann nämlich mit dem Turm seht ihr das so ihr beide könnt euch mal reparieren sehr gut und wer ist gar nicht schon weiter Panzer bauen oh mein Gott oh der ist sogar schon leer wie geil der ist sogar schon leer oh man so auf den Gobi-Ponster direkt weg sehr schön Leute ach ist das gut mit diesen Einheiten hier rumzufahren hallo fahr doch bam bam jetzt fahr doch aus der Reichweite von dem Scheiß Turm so bam bam sehr schön bam geiler das macht Spaß würde ich sagen so dann können die sich schon mal hier unten sammeln ein ne dann sehr gut dann die Flak weg die Silos weg den Buggy weg so dann machen wir diese Mission noch zu Ende sehr schön so die sammeln sich da sehr gut so da können die hier oben ja schon mal reinfahren ne der baut ordentlich Panzer aber nur Buggy's zum Glück zum Glück weiß der nicht was gut ist auf seiner Seite so was haben wir da jetzt schon wieder ich kann den nicht verhindern ach der der weicht aus ah ok der Hubschrauber weicht aus jetzt ist auch die Kohle hier weg ja aber das reicht Leute das passt schon so das passt so der verkauft sogar sehr schön so alles klar dann schön von beiden Seiten hier rein ja mein Gott och was nein ich war noch kurz davor boah boah was ein Schocker was ein Schocker was ein mieser Sack echt was eine gemeine Ratte ok ähm dann sperrt ihr bitte hier den Weg ab was eine gemeine Ratte zum Glück hab ich kurz vom Angloch abgespeichert ey was eine Ratte kann der mit seinen scheiß Buggys an und äh ja hat dann unten die Burger platt gemacht ey ist ja wohl nicht wahr ist ja wohl nicht wahr jetzt ja gut ok ok ähm dann muss ich das Ganze nochmal anders angehen so ähm die Gummipanzer die sind eh gleich weg so einfach drüber fahren Türme weg so deswegen baut der also Buggys äh deswegen baut der Buggys jawohl machen wir hier den Weg zu boah das war ja mies jawohl das war mies ey gemein gemeinheit hier ja gut Leute bam bam so ok dann aufpassen auf die Jeeps also die Buggys ok zum Glück hab ich gesagt zum Glück hab ich auch gespeichert gehabt so mach den direkt platt er kann mir gar nichts hier so da macht er eiskalt die Bürger platt ey oh man jawohl so dann blockiert ihr mal bitte diesen Weg ich frag mich auch warum da denn da dann hä hä was was geht denn hier ab was geht denn hier ab Leute verstehe ich nicht ähm hä da bin ich jetzt gerade echt was 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 denn das verstehe ich nicht sorry ähm da bin ich jetzt gerade zu blöd um das zu verstehen scheinbar ähm äh keine Ahnung keine Ahnung ja ähm warum kommt da ein Satz fehlgeschlagen verstehe ich nicht sorry sagt er schreibt bitte in die Kommentare warum das warum da ein Satz fehlgeschlagen kommt ich weiß es nicht ich weiß es nicht Leute echt keine Ahnung ich 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 greife den doch nur an ich hab ne Vermutung ich hab ne Vermutung dass der Sammler den Bürger überfahren hat nicht nicht sein Ernst jetzt wartet mal was ist denn hier das Problem ich mein ich hab doch da überall Panzer stehen ich hab doch überall Panzer stehen so ähm haben sie sich ja schön blockiert wieder ey ja sehr schön so was ist das fucking Problem diese Frau hier oder was ID lass dich nicht von dem Sammler überfahren um Gottes Willen ey so ähm ich mach dem alles platt was er hier baut so ähm wieder ein Buchschrauber ja da sind meine vier Sammler ja ach vielleicht ist das der Sammler wartet mal jawohl der Sammler der hier meine Bürger überfährt weiß ich ehrlich gesagt nicht aber wartet mal bau mal hier zu ah scheiße bin ich nicht schnell genug verdammt der Sammler der hier meine Bürger überfährt oder was jawohl 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 reich auf nee der Einsatz das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr ähm der Sammler der meine Bürger überfährt jawohl jawohl das ist jetzt äh jawohl reich auf äh das ist jetzt jetzt echt ähm ja interessant sag ich mal so interessant interessant Leute ähm verdammt interessant wow die Sammler die meine Bürger überfahren oh mein Gott deswegen zieht sich die Folge jetzt so lang hin aber gut aber gut eine Folge ist ja immer dabei die ein bisschen länger ist ne ist ja nicht schlimm gut ähm ja wie gesagt höchst interessant finde ich das gut dann stell dem halt ein paar Panzer hier unten ab ey mein Gott so jawohl jawohl schlagen ist ey sowohl oh man wie bescheuert das ist wie bescheuert aber gut ähm macht die kaputt ach die kaputt sehr gut wie dumm das einfach ist ey so ein Schallssammler überfährt einen Bürger und dann kommt direkt irgend so ist wie geschlagen Obwohl wir hier den Gegner voll platt machen könnten. Ach, das ist doch wieder, guck mal, eine Konker-Logik hier, ey. Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Und dann kriegen wir das auch hin, denke ich mal. Soll wir uns bitte hier überfahren, so. Stell dich bitte da oben ab und jetzt auffassen auf den scheiß Sammler. Auf diesen Sammler. So, da kommt er jetzt wieder mit dem Hubschrauber an. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Nein, du setzt ihn nicht ab. Du setzt ihn nicht ab. Ah, scheiße. Dankeschön. So, und jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Speicher das doch mal. Mission. Ach, GDI. Diese Szene, ey. Jawohl, zahl auf. Jawohl, zahl auf. So. Diese Szene hier. Dieser Scheiße, ey. Dreck Sammler von ihm. Mein Gott, okay. Stell die mal da unten ab. So, mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Mach den kaputt. Oh, Gott sei Dank, ey. So. Mein Gott. Puh. So, okay. Gut. Die Szene haben wir überlebt. Ey, Gummipanzer. Nichts da. Okay. Was will er jetzt da mit der Artillerie? Okay. Gut, Leute, ich glaube, dann haben wir es. Oh, ich habe gar keine Verteidigung. Na gut, okay. Team 2. So, Team 2 kann hier drauf, Team 1 kann 3 drauf. Na. Schön gleichzeitig überrollen hier. Und reinfahren. Von beiden Seiten. Geil sieht das aus. So, dann. Das verkauft er sogar. Okay. Oh, lass mal. So. Sehr schön. Oh, alles klar. Wir haben es. Das ging am Ende doch schneller als gedacht, ey. So, dann kommen wir hier hin. Fang noch die Artillerie schön ab. Klappt das? Ne, das ist zu schnell. Ah, verdammt. Ja, gut. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Oh, neuer Katzin. Totes Tiberium. Oh mein Gott. Das sieht schon eklig aus, muss ich sagen. Das ist die Beob. Aber wir haben es. Und wir haben nur... Oh, entschuldige. Es hat 48 Einheiten verloren. 392 platt gemacht. Das war schon übel. Das war schon übel. Aber gut, liebe Leute. Wir haben es am Ende geschafft. Und... Ja. Dann würde ich sagen, liebe Leute. Wir haben trotzdem schon überfällig sind quasi. Ja, haben wir nur noch 5 Missionen von der GDI tatsächlich. Und ja. Dann liebe Leute, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Äh, würde ich mich sehr freuen. Erzählst gerne weiter. Den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.